Poli, wo bist denn? Ja, ich muss ein bisschen kurz die Reifen. Es gibt liebste da noch abstellen, weil der natürlich momentan dauernd mault. Nein. Warum? Nee. Das ist ein scheiß Gepiexer. Jetzt dann wieder ausschalten. Die Linie ist bisher okay. 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 wenn das automatisch funktioniert. Ja, hat der Frank immer mit Bremsen gefahren. Ich kann ja nur das machen, was mir gesagt wird. Da hat er gesagt, das soll ich weiter außen und runden fahren. Das soll ich jetzt so fahren, wie er mir das gesagt hat. Wie fühlt sich bisher die Linie an? Na ja, aber es ist doch schön zu fahren mit uns drei. Schau mal, ich bin mittlerweile ziemlich zügig hier. Schau mal. Schau mal. Okay, Mutkurve war okay. Da weiß ich immer nie, ob die Linie stimmt. Da weiß ich immer, wie es schwer ist. Wo ich gerade, wo man gerade durchsüren. Ja, bitte? Ja, das ist ähnlich. Ja, da weiß ich. Wenn's aber mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, relativ weit außen. Also nicht ganz außen, vielleicht ein bisschen weiter innen, wie ich jetzt gerade war. Ja, relativ weit außen. Ja, aber es macht schon Spass. Vor allem, weil das gleiche Auto habe, wie ich fährt. Hier wieder. Okay. Ja, aber grundsätzlich fühle ich mich eigentlich schon ganz hohl. Also für mich ist das im Moment ganz okay. So vom Gefühl her. Ja, der Ding fährt ja noch eine Runde vor. Ja, da haben wir auch. 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 Ja, ich kann dir genau erklären, was ich gemacht habe. Ja, da haben wir auch. Ja, da haben wir auch. Ja, da haben wir auch. So, jetzt bin ich wieder voll konzentriert bei dir. Wieder ein bisschen Abstand haben. Ja, ich hab schon gemerkt, ich hab schon gemerkt. Aber da treffen wir manchmal den Schein, die nicht richtig haben. Das ist ja schwer. Jetzt aber ein Außenwesen, ja. Erkannt. So, jetzt geht's. So, jetzt geht's. Jetzt geht's. So, jetzt geht's. So, jetzt geht's. So, jetzt geht's. So, jetzt geht's. Aber den Markus unik ist da okay, oder? So, Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020